Statt nun ruhig hinter den Mauern Milets auf die Perser zu warten, wollten Ionia und Athena, nachdem sie einmal auf dem Kriegspfad waren, als erste angreifen und wagten sich ins Innere Anatoliens vor. Die erste Stadt, die dafür bezahlte, war Sardes. Herodotter zählt, ein Soldat habe während der Besetzung ein Haus angesteckt, und die ganze Stadt, einschließlich der Tempel, sei in einer einzigen Nacht vom Feuer verschlungen worden. Als Darius, der König der Perser, von diesem Unternehmen erfuhr, geriet er in höchste Wut. »Wer hat Sardes zerstört?« fragte er. »Die Ionia und die Athena.« »Die Ionia und wer?« Darius dachte, er hätte sich verhört. So unbekannt waren ihm die Athena. »Die Athena!« Nun forderte der König der Perser seinen Bogen, legte einen Pfeil darauf und schoss hinauf gegen den Himmel. Dabei sagte er, »O Zeus, gewähre mir, dass ich mich an den Athenern rächen kann.« Danach befahl er einem Sklaven, ihn immer, wenn er sich zu Tisch setzte, folgenden Satz zu wiederholen, »Herr, vergiss nicht die Athena!« Und mit diesem »Pro Memoria« im Ohr, das ihm dreimal täglich vor den Mahlzeiten wiederholt wurde, befehligte der gute Darius also im Jahre 490 die Invasion Griechenlands. Eine gewaltige Flotte von 600 Schiffen, überladen mit Soldaten und Pferden, legte von Samos ab und überquerte das Ägäische Meer. Eretria wurde belagert und zerstört, seine Tempel eingeäschert, um die Schmach von Sardes auszulöschen. Athen bat die Spartiaten um Hilfe, doch diese ließen sich entschuldigen und sagten, dass die Mondscheibe leider noch nicht voll sei und ihre Gesetze es verböten, vor Vollmond zu kämpfen. Nach Vollmond gern, aber vorher sei nichts zu machen. Die Einzigen, die sich zu ihrer Unterstützung bereit fanden, waren die Platea, derer die Athener von da an bei jedem Jahrestag rühmlich gedachten. Die Schlacht fand in der Ebene von Marathon statt. 490. Miltiades, der durch das Los zum obersten Feldherrn bestimmt worden war, versammelte die stärksten Kräfte an den Flügeln und stellte in der Mitte absichtlich nur wenige Soldaten auf. Aber gerade gegen diese Zone drangen die Perser nun vor. Sie konnten eingekreist und überwältigt werden. Herodot zufolge starben 6400 Barbaren und 192 Athener. Doch halten wir diese Zahlen des griechischen Geschichtsschreibers für geschönt. Wahrscheinlich ließ er sich von seiner Liebe zur eigenen Mannschaft dazu hinreißen. Nach Vollmond trafen auch die Spartiaten ein. Die Schlacht aber war geschlagen. Und den starken, lacke-dämonischen Kriegern blieb nichts anderes mehr übrig, als wenigstens die gefallenen Perser zu sehen. In ihrem Siegesrausch glaubten die Athener, die asiatische Gefahr abgewendet zu haben. Anders der schlaue Themistokles. Der Archont von Athen machte sich unverzüglich daran, ein starkes hellenisches Bündnis zu schmieden. Und da sich die meisten für Zahlungen entschieden, wurde Athen militärisch bald die stärkste Stadt. In der Zwischenzeit war Darius zu unserem Glück gestorben. Sein Sohn Xerxes war ihm auf dem Thron des Persischen Reiches gefolgt. Nach langem Schwanken entschloss sich auch Xerxes zum großen Schlag auszuholen. Da er jedoch nicht in die gleiche Gefahr geraten wollte wie sein Vater, plante er das Unternehmen im großen Stil. Ein Heer, wie man es seit Menschengedenken noch nie gesehen hatte, rückte gegen Griechenland vor. Man spricht von einer Million siebenhunderttausend Soldaten und achtzigtausend Reitern. Herodot sagt, die Flussläufe seien ausgetrocknet, wenn die Truppen einmal rasteten, um ihren Durst zu stillen. Es war ein Doppelangriff. Zu Land, über Thrakien, Makedonien und Thessalien und zu Wasser mit einer Flotte von 1200 Schiffen. Das erste Problem für die Landkräfte war die Überquerung der Dardanellen. Nachdem ein Sturm die von ägyptischen Pionieren erbaute Holzbrücke zerstört hatte, befahl Xerxes, den Hellespontos durch 300 Geiselhiebe zu züchtigen. Und nachdem er gesprochen hatte, du bitteres Wasser, so züchtigt dich der Gebieter, weil du ihn gekränkt hast, du schmutziger, salziger Strom, ließ er 300 Schiffe seitlich nebeneinander reihen und setzte mit seinen Truppen nach Europa über. Das dauerte sieben Tage und sieben Nächte ohne Unterbrechung. Alle Völker des Reiches waren versammelt, nämlich Meder, Kisier, Hürricania, Assyrer, Bactrera, Saken, Sküten, Inder, Aria, Parta, Korasmia, Sokta, Gandaria, Dadica, Kaspia, Saranga, Pactia, Utia, Myca, Parikania, Araba, Äthiopia, Luba, Pamflagona, Lügia, Matina, Marjandina, Syrer, Kapodoka, Früger, Armenia, Lüder, Müsatraca, Pisidia, Kabela, Milüa, Moscha, Tibarena, Magrona, Mosinoika, Mara, Kolchia, Alarodia, Saspeira. Wir haben hier einmal die ganze Aufzählung wiedergegeben, die bei Herodot überliefert ist, um eine Vorstellung vom gewaltigen Ausmaß der Gefahr zu vermitteln, in der sich das Abendland im Jahre 480 v. Chr. befand. Es kam zu drei der wichtigsten Schlachten der ganzen Geschichte, nämlich zu den Schlachten bei den Thermopülen, bei Salamis und bei Platae. Bei der ersten stellten sich 4000 Griechen, darunter 300 Spartiaten, unter dem Befehl des Leonidas, an den Toren Griechenlands, dem persischen Heer entgegen. Als Dionykes, einer der Spartiaten, hörte, die Barbaren seien so zahlreich, dass ihre Geschosse die Sonne verdunkelten, soll er als tapferer Soldat geantwortet haben, denn gute Nachrichten, wenn die Perser die Sonne verdunkelten, könne man im Schatten kämpfen. Sie starben alle, außer einem einzigen, der sich dann selbst tötete, weil er die Schmach als einziger überlebt zu haben nicht ertragen konnte. Athen wurde überfallen und zur Hälfte zerstört. Die Athener flüchteten sich auf die Schiffe. Die zweite Schlacht war eine Seeschlacht. Da die Perser 1000 Schiffe hatten, die Griechen aber nur 380, blieb den Griechen nur die Chance, die Barbaren in einem Meerenge, zwischen der Insel Salamis und dem Festland zu locken, um auf diese Weise der Feindesflotte nur wenig Manövrierraum zu lassen. Xerxes, der seine Schlachten wie ein Privatschauspiel aufzog, hatte sich mit seinem ganzen Generalstab auf den Gipfel eines Hügels begeben. Hier setzte er sich auf einen goldenen Thron und hatte eine Menge Schreiber um sich, die das Kampfgeschehen aufzeichnen sollten. Die Perser erlebten eine vernichtende Niederlage. Die dritte Schlacht, die bei Platäe 479, fand ein Jahr nach der persischen Invasion statt. Unter Anführung des Spartiaten Pausanias besiegten die griechischen Verbündeten das imposante, aber schon angeschlagene Heer der Barbaren diesmal endgültig. Athen und Sparta galten von nun an als die stärksten Militärmächte ihrer Zeit. Ihren Kampf untereinander trugen sie dann 50 Jahre später im Peloponesischen Krieg aus.